Sie brauchen nicht zu schreien, ich habe mein Hörgerät eingeschaltet. Ich sagte, ich schlage vor! Ich sagte, einen Hammer! Meinen Hamster? Nein, nicht einen Hamster! Wie soll ich denn mit einem Hamster einen Nagel einschlagen? Obwohl, ich könnte es mal versuchen. Ich meine, ist das nicht typisch für diesen Scheißladen hier? Vielen Dank, lieber Herr, vielen herzlichen Dank von Damen und Herren! Ich schutz nur Bombe mit Bombe vergolden! Manuel! So nicht, Kurt, ja? So, das reicht jetzt endgültig! Ich werde dich verprügeln und zwar durch Strich und Faden! Oh nein, sieh dir mal diese Hälfte an! Kann ich dir helfen? Ja, indem du dich umbringst!